Diese Attraktion wird mir ein Vermögen einbringen. Vorsicht mit dem Bären, Corduroy! Ich brauche ihn unversehrt! Ruhig! Ruhig! Oh, sie umarmen sich! Habe ich das richtig verstanden? Du willst wirklich diesem Bären das Fahrradfahren beibringen? Ach, Pille Palle, ein radfahrender Bär ist doch ein alter Hut! Nein, nein! Ich bringe diesem Bären das Autofahren bei! Und wenn die Ampel auf gelb schaltet, gib Vollgas! Oh, oh! Was gibt's denn für ein Problem, Officer? Ich hoffe, Sie haben dafür eine richtig gute Erklärung. Oh, allerdings. Wissen Sie, ich bin ein sehr alter Mann, dankbar für jeden Tag, der mir bleibt. Und mein Arzt hat mir diesen Blindenbären verordnet, der mich notfalls ins Krankenhaus fahren kann. Dass ich nicht lache, kann ich mal den Bescheid von Ihrem Arzt sehen? Natürlich, den hab ich hier in meiner Jacke. Hier, bitteschön. Stan braucht den Bären, Dr. Medizin. Tja, Dr. Medizin kann ich nicht widersprechen. Ins Krankenhaus, Honigpfote! Ja! Ja! Vielen Dank.